Was war das? Nein, es ist nichts. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse unter Offizier... Also, vor circa drei Stunden kam der Wagen eines Generals mit voller Eskorte hier durchgerast. Und nach anderthalb Stunden sind sie wieder weg. Ah, Schädel und seine Leute. Zweifelsfrei eine seiner spontanen Inspektionen. Der ist nicht untätig. Entschuldigen Sie mich kurz unter Offizier. Und nicht ... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.